ich nehme den ich nehme den hier auch wenn ich es eventuell obwohl das müsste man sogar hinkriegen aber ich guck gerade mal wo ich die meisten minen habe dass ich halt definitiv das gold hole es geht mir darum wirklich nur ums gold dass ich das endlich fertig mache dunkle auch das sollte aber ganz chillig laufen hier also erst mal würde ich sagen die queen nun mach doch mal hier mit lade schwierigkeiten hier so queen down und dann gehen wir von hier rein und passt das gehen wir mal los zack rein hier mal ein bisschen elix und alles andere so ich habe selber meine queen noch das ist ganz wichtig für mich dass die die halt auch noch am start ist sonst ist es hier denke ich mal auch echten selbstläufer hier da kommt man überall ran queen hier noch gedroppt dass die das dunkle noch mitnimmt ja das war es schon ich würde mal sagen da ist jetzt alles leer haben wir wir haben das das lager selber noch das lager wäre noch da theoretisch mal gucken ob man noch an das dunkle lager kommen das wäre nett ja doch ach komm gehen wir da rein ragen wir mal die queen kurz na das wird aber nichts mehr aber wir müssen auf jeden fall noch die zwei prozent hinkriegen klar die ziehen wir uns soll ich da noch was nee dafür ist ein blitz zu kostbar hier haben wir die cb kurz weg das war da schön unsere zwei prozent bekommen und dann war es das zack dort wort netta lud auf jeden fall sogar noch dann kriege ich meine mauer gezähnt und dann war es das auch sogar für heute weil ja 31 das passt das ist in ordnung da kriege ich vielleicht noch einen hin aber das soll es dann erst mal gewesen sein auf jeden fall ach schade ich hätte gerne mehr wisst ihr was dann wird es nicht die queen dann haue ich jetzt den king raus ja 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 in der schub das ist in ordnung sorry ich hätte gerne wirklich gerne noch den die queen gemacht aber jetzt die luft raus wie gesagt ihr müsst es auch noch schneiden logischerweise und dann wäre das einfach ein bisschen fett dann habe ich das so raus bin ich damit zufrieden habe ich den king eben im upgrade dann läuft das auch so zack 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 das war es dazu dann bauen wir hier noch eine mauer welche nehmen wir denn welche nehmen wir denn ich hau die mal raus lx würde ich auch sogar noch warten weil ich da hier noch mein spell hätte fürs jumpen und dann sollte das auch passen nehme ich gerne mit gucken mal von vom lampu klar auf jeden fall das nimmt man sehr gerne mit wie gesagt von dem blut kann ich mich auf jeden fall erst mal verabschieden das sehe ich ja aber wie gesagt ich will halt noch was mehr dunkles haben und habe ich halt eben jeden zweiten angriff eben sag ich mal 2k dunkles und dann komme ich da halt eben besser mit den helden hoch und dann ist das schick dass die erstmal auf 20 sicher sind dass sie halt noch mal die nächste ability haben und dann passt das da sehe ich irgendwo mehr drin sind drin als jetzt die mauern vorher zu machen also wirklich helden auf 20 dann kann man gucken dass man sich das langsam wieder anspart aber die müssen erstmal auf 20 sein hier nice 1,4 k richtig nett hier die oberen bohrer das wäre schade die werden es nicht mehr von der zeit her passt das nicht mehr schade aber ansonsten passt schon läuft auf jeden fall passt das war's von mir ich hoffe es hat euch gefallen demnächst kommt bestimmt wieder auch ein bisschen was anderes mal gucken wie ich das drehe weißt du ja nicht langweilig werden ich wünsche euch was ihr haut rein tschau tschau 2,4 k 4,4 k